die abfeiern und das völlig zurecht wenn du mich der euro ein tolles tor und genau dafür wurde er eingewechselt er macht sein tor aus der distanz war es leicht für ihn das tor zu machen diesen treffer schauen wir uns gerne noch mal in der wiederholung an sehr gut den eckball antizipiert und den ball mit dem fuß im kasten untergebracht zern die die w w w w Untertitelung des ZDF, 2020